Das ist der menschlichste Roboter der Welt, der vor kurzem auf YouTube online ging. Der Roboter wurde von dem Designer Engineering Arts in England hergestellt und in dem Video ist zu sehen, wie er unglaublich menschenähnliche Gesichtsausdrücke macht. Was meint ihr dazu? Ist das der Anfang vom Ende für uns?